Wir haben so viele, äh, viel, viel Dank. Wir haben so viele Sachen, wo wir jetzt weitergehen können, um auch stärker zu werden, dass es, glaube ich, sinnvoll ist, das zu tun. Die Frau des gestohlenen Gesichts. Immer noch unvollendet. Äh, Figuren-Sammlung. Wo ist es denn? Da. Er wird den Schaden durch Gebete plus 25%. Okay. Nett. Äh, wir haben aber auch, wir haben eine Münze, die ich diesem Pferd-Typel nochmal geben kann. Äh, wir haben immer noch das unveränderte Wiegenlied. Wir haben die Schrittvolle des Ältesten, die ich nicht abgeben kann mehr. Gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, das Arsenal der Buße. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hintue oder was dann passieren muss mit. Äh, wo geht der Urlaub eigentlich hin? Äh, wir fahren Mittwoch nach Amsterdam bis Freitag und fahren dann Freitag bis Sonntag nach Haarlem. Also unser fast, fast jährlicher Amsterdam-Urlaub eigentlich. Penitent One, I win. Hm. Oh ja, stimmt. Ach, Moment, da rechts, ne? Uh, da rechts war doch so ein... Tja, da habe ich jetzt gehofft, dass ich das ganz schnell machen kann. Ehrlich, der Drogenurlaub? Nein. Wir lieben einfach nur die Stadt. Taranto an meine Schwester. Äh, ich hört Blitze herauf, die die Wolken durchbohren und Feinde in der Nähe mit Blitzschaden wiederstrecken. Okay. Wenn du das sagst. Was? Den Geruch, ich verstehe. Ich habe leider nichts. Ich habe nichts für Jesus. Ne, tatsächlich, weiß ich nicht. Ich, äh, ich mag Holland. Die, die Leute sind, äh, sehr entspannt. Nicht wegen den Drogen, sondern allgemein. Das Essen ist gut. Es gibt ja so viele schöne Bäckereien. Okay. Okay. I need to find more sisters. Äh. Okay, eigentlich einfach mal runter. Da ist noch eine Truhe, die wir nicht haben. Hier sinkt eine Schwester. Ich habe ja gerade eine Schwester singen. Da ist noch mal. Und dann. Damit sind es 10. Das war ja der Typ. Das Ding haben wir schon. Wir müssen nach links. Das ist dann hier. Zack. Speichern. Der war nochmal hier. Ach, der mit dem Wiegenlied, ne? Ja, ja. Das haben wir auch. Wenn ich hier runterfalle, hat der Bereich. Das haben wir alles. Damit gehen wir wieder zur Stadt zurück. Wir können da nach oben. Da müsste es nämlich jetzt auch ein paar Sachen geben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer da war. Ach, der Garten der Chöre. Stimmt. Da könnten wir auch mal gucken. Da haben wir eine ganze Menge dicke Babys wiedergefunden. Das war nur für's dicke Baby. Und ob ich da unten jetzt eine Frau vergessen habe, mit der ich reden kann, also die befreien kann, weiß ich nicht. Ich habe zwar niemanden singen hören, aber niemanden gesehen. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür das gut ist. Äh, Moment. Ging es da einfach nicht weiter oder warum? Oder war da, Moment, da kann es sein, dass das so ein Ding auf dem Boden war, ne? Jaaa, ist es. Hepp, hepp. Geht noch weiter nach oben. Hä? Okay, warum geht das? Da geht es nach oben. Stopp. Okay. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Fein. Und weiter runter. Stopp. Yep, yep, yep. Okay. 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 So, wir machen das mal auf. Und guck mal. Und guck mal was da unten ist. Okay. 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 das war jetzt einfacher als sonst harztränen wahrscheinlich wieder für den ein harzbläschen das nur die eifrigsten bildhauer benutzen bevor ich dem das gäbe nutze ich aber auf jeden fall meine zehn punkte für den für den upgrade kurz mal hoch gucken da haben wir alles da haben wir alles da haben wir alles das ist ein baby wieso wundert es mich nicht dass ich das jetzt nicht geschafft habe perfekt weiter nach links kam ich noch mal darunter moment da geht es auch nach rechts was war rechts 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 ich bin da sonst nicht rechts aber hier gehen wir erstmal ach okay die glocke habe ich glaube ich vom letzten mal auch schon gesehen oder ich kam nicht hoch genug deswegen ich habe ihn halt nicht hoch genug bekommen kurz mal speichern kurz mal speichern kurz mal speichern Ruhe des Schweigsamens. Hier ist dein Gesicht runtergefallen. Aber das weißt du bestimmt. Okay. Da bin ich auch noch nicht hochgegangen. Was ist denn hier? Noch ein Zeichen des Matheuriums. Okay. Perfekt. Ist das schön, wenn man alle Movement-Skills hat. Das ist das Beste. Hier ist wieder irgendeiner. Griefen. Griefen. Oh. Perfekt. Okay, da kommen wir anscheinend von da nach rechts hin. Offensichtlich. Das heißt, wir müssen eh jetzt wieder zurück und zur Hand. Und da müsste auch die Kutsche sein, glaube ich. Kurz mal speichern und noch mal gucken. Da kann ich mich hin teleportieren. Kann ich mir das angucken? Okay. Wir gehen zur Stadt. holen uns beim Handwerker unseren zehnten äh, unseren ähm letzten Slot für die Holzpuppe und geben ihm das nächste Zeug. The Altarpiece on your back. Now your Altarpiece is at maximum capacity. Yes. Ähm den Brunst. Reduziert die Abklingzeit fürs Ausweichen. Jetzt ist nur die Frage, was kombiniert sich damit? die Chance auf kritische Treffer beim Einsatz von Gebeten. Warum? 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 das macht halt die eine waffe stärker die ich halt eigentlich nie benutze schaden weil ich menschen gerne ärgere ja das auf jeden fall das auf jeden fall hallo zu rados ein wunderschön wie geht's euch mir fliegt hat eine fliege in so eine ganz kleinen kreisbewegung durch den bildschirm wie geht's euch immer die harztränen ich habe keine ahnung was das letzte ist oh diese varnische wie die morgensdürer werden dir die puresten und die immakulatsten Gläuze weiß, dass du meine Gratitude hast, Penitent One meine Gratitude ist wirklich das letzte ist wirklich das letzte wir gehen raus und rein und dann ist er wahrscheinlich selber in der holzpuffe du hast einen geilen clip gemacht ok das body has been unveiled ok es dauert einfach noch ne zeit ok i'll be back i'll be back von was hast du den clip gemacht also wir ich äh ich möchte jetzt ungern raus tappen ehrlich gesagt das spiel macht grad so viel spaß ähm gucken wir mal ob das schon reicht haben wir jetzt genug schwestern für den nächsten ok nein wir brauchen noch eine äh die war hier oder? die war hier du hast jemanden elegant den kopf abgezwirbelt äh in dem einen game was du immer spielst wir können da auch nach links wir gehen ganz kurz nach links ok ich nehme das nimm so exakt ach das war das das war real. Geh weg. Ach, ich kann da vorher noch nicht hin. Dann leck mich doch, geh ich weiter. Dickes Baby? Kein dickes Baby. Da ist ein dickes Baby. Dickes Baby. Dickes Baby, dickes Baby. Ja, ein dickes Baby. Dickes Baby. Die ich befreien muss. Das sind die kleinen Babys. Die kleinen dicken Babys. Und dann gibt es ein großes dickes Baby. Never so dicker wie mein Bro. Das würde ich jetzt mal nicht behaupten. Nein? Genau hier habe ich diesen Challenge Raum. Der wird wieder lustig. Hi. May the bells chime twice. Let's go. Ja, ja. Wir kennen schon deinen Gelaber, rhabar. Neustart. Also wirklich hier. Das Problem ist immer der Weg dahin. Die sind wie du. Die dicken Babys. Äh, ich hoffe, du bist, also du bist deutlich beharter als die, glaube ich. Die sehen eher aus wie Cupid. May the bells chime twice. Oder Cupid, je nachdem welche Übersetzung, welchen Text man liest. Sehen die aus wie Cupid. Also dieser fliegende Gegner da oben geht mir auf den Sack. Genau du. Ich, äh, sollte vielleicht mal ganz kurz meine Rosenkranz-Dinger untersuchen. Ähm. Mhm. Ne, die alten Leute, die was, die da gekotzt haben? Ach so! Die mit dem Brett vom Kopf. Die mit dem Brett vom Kopf. Boing! Di, 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 di. Uh-uh. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Na komm. Full Concentration. Und Eridus, hast du den neuen Kömmling jetzt schon den Vater gezeigt? Nein, habe ich noch nicht. Uh-uh. Ich habe noch nicht den alten Mann mit der angenähten Titte und dem toten Baby in der Hand gezeigt. Habe ich noch nicht. Das ist auch ein bisschen zu viel für den Anfang. Aber wir können da gleich mal hingehen. Wir können ja eigentlich froh sein, dass es kein Fuß ist, ne? Das ist immer noch versperrt. Ich sehe mal noch versperrt. Muss ich da vielleicht noch mal reingehen? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Äh, damit, damit, damit haben wir das. Wir können da mal nach oben gehen. Wir können da mal nach oben gehen. Töne.